Und hiermit herzlich willkommen zurück bei Sounds of the Forest. Boah, Alter, das war gestern ein ganz fantastischer Tag. Ich bin nach wie vor absolut entzückt. Aber wir haben jetzt unsere Schaufel. Das ist viel wert. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo war denn der Schnulli zum Ausbuddeln. Da bin ich überfrägt. Und ganz ehrlich, ich brauche jetzt Höhlenpausen. Was sage ich euch? Äh, Junge, Junge, Junge. Ne. Also, weiß er, es ist ja per se nicht so schlimm. Aber wenn es denn derart dunkel ist, dass du nichts, einfach nichts siehst. Äh, weil ohne Taschenlampe scheiße. Dann ist das günstig. Komme ich jetzt irgendwie elegant runter? Ich will mir nicht das Bein brechen. Okay, läuft, läuft. Ähm, ich gehe jetzt erstmal da zu diesem Liederpunkt. Ich weiß nicht, ob das da war. Ich habe keinen Schimmer. Aber ich hoffe, mir geht jetzt hier keiner von den eingeborenen auf den Sack. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich hatte jetzt echt genug Action. Oh, ich habe Hunger mit alles. Ähm, Crunchy, Flanshy. Crunchy, Crunchy, Flanshy. Und ruhig eine Soda. Und ein paar Pillen gleich hinterher. Die Hoffnung, dass ich jetzt nicht attackiert werde. Das wäre ja nicht cool. So, Hettigkeit und Gamma habe ich auch wieder runtergestellt. Hier draußen ist hell genug. Aber ganz ehrlich, ich hätte sonst noch weniger gesehen und überhaupt. Was war denn hier? War hier das mit dem Grab? Oder war hier schon wieder... Das ist schon wieder das Sein, ne? War das mir völlig egal. Ähm, war das da hinten? Was war da bei dem grünen Punkt? Ich weiß nicht mehr. Oder war das bei einem grünen Punkt mit dem Ausbuddeln? Ich glaube, das war bei einem grünen Punkt, ne? Komm ich hier... Irgendwie runter. Das wäre... Nieze. Ich glaube, das war bei einem grünen Punkt mit dem Bullen, ne? Das war gar nicht bei so einem Ausrufezeichen. Wenn mich nicht alles täuscht, zumindest. Da läuft das schon ein, oder? Vielleicht habe ich da nicht gerade einen gesehen. Von den Halluten. Wollen wir nicht auf den Sack gehen. Ach, hier ist ein Dörfchen. Okay. Dann lassen wir sie mal. Ähm... Da-da-da-da. Okay, dann versuche ich jetzt mal hier oben rüber. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder irgendwie runter muss. Ui, upsau. Bambala. Oh, da ist ein Drecki. Die... Ach, die... Die entspannen da. Mach das schön. Macht mal weiter. Hab keinen Bock auf euch. Ich suche meinen grünen Punkt hier. Der muss ja hier... Da unten, ne? Komme ich hier illegal runter? Da unten vielleicht. Oder ist es zu steil? Oder ist es zu steil? Ich glaube, hier bei dem grünen Punkt war das. Okay, da muss ich noch, glaube ich, mal rüber. Aber ich glaube, ich kann unten lang, ne? Ich glaube, ich glaube, das war hier mit dem Buddeln. Das schauen wir uns heute noch an. Ist heute denn auch der letzte Teil für mich, den ich hier heute aufnehme. Ja, hier war das mit dem Buddeln. Ich hoffe, mich nervt jetzt hier keiner. Das wäre phänomenal. Okay. Passiert hier was? Ich weiß nicht. Oder muss ich noch tiefer? Da kommt doch was, oder? Oder ist das Stein? Was gibt es hier? Was ist das? Ui, da war ein kräftiger Hieb. Da, ne? Was ist das? Was? Zur Hölle? Was buddelt ich hier aus? Dauert ja auch ewig, ne? Ist nicht nur zweimal reinstechen. Okay, da geht's nicht. Was ist das? Was ist das? Die Tür. Zu nem Bunker? Dann machst du auf? Oder nicht? Hallo? Hallo? Ja, da würdet er eben aufmachen, oder nicht? Oder geht's noch nicht? Aber dann hätte er mir das auch nicht angeboten, oder? Muss ich hier noch irgendwas schütteln? Bestimmt noch zu nem ollen Bunker hier. Na, da schippt doch hier schon gar nichts mehr, oder? Schippst du denn da? Machen wir mal ein bisschen hin, ich hab Angst, dass hier einer kommt. Hä? Ich konnte doch eben die Tür aufmachen, oder? Ja, hat mir das doch eben angeboten. Ne? Die Tür ist doch jetzt frei, oder nicht? Wie viel soll ich denn hier noch? Äh? Werd's gut hier. Tür ist doch frei. Freisch. Ah, what? What? Wo kommst du denn her? Oh, schnell. Axt. Was bist du? Oh, come on. War hier nicht rein? What? Oh, come on. Ich hatte jetzt genug. Monsterchen hier. Wo kam er denn jetzt her? Loll. Oh, come on. No. Ich muss hier auch irgendwie wegkommen, Alter. Hey. Leute. Wo ist Calvin? Wo ist Virginia? Die... Oh, wie jung. Ganz ehrlich. Weil, der hatte mir doch eben die Tür angeboten, oder nicht? Warum ist denn jetzt schon wieder... Och. Ich bin... I am... Absolutely confused, ey. Oh, der Scheiß. Was hab ich hier? Ich hätte gerne... Ohne Faser. Oh, der ist ja schnell. Willst du mich träumen? Muss ich den jetzt besiegen, um da reinzukommen? Oh, oh. Oh, Stein. Stein. Lass mich doch jetzt... Boah, der ist aber schnell, ey. Ey, komm. Hier ist doch... Alles free. Boah, ich hab keine... Boah, komm. Leute. Lass mich doch einfach in die Scheiß-Tür jetzt hier rein. Bitte. Virginia, Alter, wo bist du? Du hast ne Waffe. Ich treff halt auch nicht. Bin ich hier hoch? Hilft das? Wo ist er? Oh, nein. Oh, nein. Lass mich. Oh, no. No. No, 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 no. Lauf her. Wert. Der ist halt auch so schnell, ne? Was ist das Problem? Der ist so schnell. Calvin, Alter. Ja, Junge, schau nicht so... ...gedebbert zu. Mach mal was. Lauf. Run. Run, Digga. Ich hab jetzt keine Pfeile mehr, ne? Weiß, ne? Hi. Waa. Witzig ist er, ja, aber... Ich... ...ich... ...hab eigentlich gerade genug Action gehabt, Junge. Oh, ich hecke ihn irgendwo fest, ja? Lass mich in Ruhe. Ich muss nochmal mein Glück hier versuchen. Die Schimmnetzel hier, glaube ich, nur... ...Vögel. Oh, come on. Nein, lass mich in... Wo kam der denn jetzt her, Alter? Der war doch wieder völlig random. Okay, wir müssen nochmal versuchen, da hinzukommen. Und dann müssen wir nochmal versuchen... ...das auszubuddeln. Er hatte mir ja schon die Scheißtür angeboten, ne? Läuft. Es läuft einfach. Es läuft. Mamba. Nun lade. Schneller. Damte Axt. Okay, aber wir... ...wir wissen jetzt schon mal... ...wir müssen zu dem ollen grünen Punkt, ne? Ey. So, Calvin. Virginia. Komm doch mal mit hier, ey. Oh, Scheiß. Lass mich hier aber auch immer alleine. Wozu habe ich... Wozu habe ich euch... Wozu habe ich Virginia die Waffe genommen? Hat zwar keine Munition haben, sondern... ...macht einen guten Eindruck. Ich vermute... Ich vermute, es wäre ja auch ganz cool, wenn... ...ähm... ...wenn... ...ääh... ...das ist falsch, oder? Äh... ...wenn Kannibalen in der Nähe wären... ...die sind ja auch nicht so gut zu sprechen... ...auf die Mutanten. Die würden bestimmt mit angreifen. Was glaube ich? Da bleibe ich fest dran... Ach, wir haben wieder einen hohen Gas. Das kann hier mal raus. Jo, mi, jo, jo. Lass mich hier... ...einfach... ...verbuddeln. Mich würde jetzt interessieren, ob der da... ...regulär halt einfach... ...spawnt, wenn man das ausbuddelt. Weißt du, wie ich meine? Das würde mich wirklich interessieren. Oder ob wir jetzt einfach nur Pech hatten. ...denkt mal möglich. So, da unten, da war ja das Ollodorf. Wir laufen wieder oben lang. Ähm... ...das würde mich wirklich interessieren. Ob wir jetzt einfach nur Pech hatten. Oder ob das jetzt vielleicht auch einfach nur ein Fehler war. Also der ist ja auf einmal aufgeploppt. Wir haben ja die ganze Zeit da gebuddelt. Und wir hatten ja zwischendurch schon das Symbol... ...um die Tür zu öffnen. Ich wette mit euch, das war einfach nur irgendein Fehler. Tag. Äh... Keine Zeit für dich. Ähm... Das war doch bestimmt irgendein Fehler jetzt gerade. Dass der da so plötzlich aufgeploppt ist. Also der wird hier bestimmt später irgendwann rumrennen, ja? Keine Frage. Ähm... Aber ich hab eher den... Oh shit. Ich hab eher den Eindruck... ...dass das jetzt so nicht gewollt war. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht springt er da raus aus der Tür. Ich... Keine Ahnung. Aber... ...als ich... ...das ausgebuddelt hatte... ...und diese... ...äh... ...das Symbol... ...das Türöffnung gedrückt habe... ...da... ...war ja denn auf einmal... ...nichts... ...es ist ja nichts passiert. Ne? Was? Jetzt ist sie auf? Ich sag ja... ...das war ein Fehler. Es war einfach nur ein Fehler. Ja? Hallo? Ich... ...ich weiß aber auch noch nicht so genau, ob... ...es hier jetzt wirklich besser ist. Mensch... Wo bin ich denn hier schon wieder? Das sieht schon wieder sehr sehr einladend aus, ja? Munition... Aha... ...bringt mir nichts, hab keine Waffe. Wo bitte? Keine Roboter hier. Was? Energy Drink, okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mich die Musik beruhigt oder... ...da sind... ...da sind Babys auf jeden Fall. Oh... Die Tür kann ich nicht zumachen oder so? ... ...einen Kamer. Kann ich auch ausmachen? Kann ich auch ausmachen? Das sind die anderen. Okay, geht leider nicht. Oh ja. Einen Wartungsschlüssel. Ist das eine Karte, die wir brauchen? Ist das eine Karte? Ist das eine Karte? Ich habe ja die Vermutung... Ja. Gibt's hier irgendwas anderes? Ne, hier gibt's auch nur das. Okay, komm, ich mach mal wieder ein paar neue Filer. Guck mal hier. Was? Laservisier? Aha. Team, this afternoon it was discovered that a painting from Mr. Puffton's personal collection has gone missing. If anyone has any information, please talk to me directly. Wie hat irgendeiner sein... Sein Bild wird vermisst. Mal Crunchy, Wunchy hier mit. Guck mal hier dran. Bei Fleisch. Okay. Okay, der ist hier fertig. Wir haben mal wieder was mit hier. Okay, da geht's noch weiter. Ich weiß halt nicht... Wo sollen wir zuerst machen? Ist da so ein Staubsauger? Oh, hier können wir speichern. Oh, danke. Ja. Möchte hier gerne speichern. Hier sieht aus wie Badezimmer. Was ist denn was? Buch... Fähnchenbanner? Ihnen geht's nicht mehr gut. Was ist das hier? Ein Tuxedo. Was ist denn ein Anzug? Mal gucken. Tuxedo. Okay. So, scheint irgendwie ein Anzug oder so zu sein. Okay, aber wir haben ja auf jeden Fall eine Keycard gekriegt, ne? Das ist natürlich... Dann... ...können wir da bestimmt das ein oder andere öffnen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das wirklich möchte. Da bin ich mir unsicher. Mal Beispiel irgendwo. Guck mal. Okay. Okay, dann schauen wir mal noch bei den Babys. Wir haben ja da gespeichert. Ach, da sind sie doch. Direkt wie hier. Ist ja noch einer. Ist der der tot? Hoffe doch. Okay, hier ist noch ein Nagerraum. Okay, lass gleich hin. Ach, brummt hier aber. Junge. Komm mal hier Schätze. Was du warst? So ein Druckerharz. Du, 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 du. Was haben wir hier? Oh ja, Wehrax. Oh, ist die besser als unsere? Ja, Block. Oh, das ist ja Schaden. Abwehr. Okay, die macht ein bisschen mehr Schaden. Aber dafür blockt die mehr. Ich weiß nicht, was diese Explosion da bedeutet. Schild würde der Block sein. Aber was heißt die Explosion da? Das weiß ich nicht. Schau mal her, ne? Mach doch was her. Schau mal her. Draht. Okay. Sonst noch was? So ausmachen. Nee, mehr ist hier nicht, ne? Mehr ist nicht. Aber die sieht auf jeden Fall schick aus, würde ich sagen. Okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier erstmal alles so weit entdeckt, ne? Kann ich den hier und den verdeppern? Cool. Guck mal, wir haben ja hier gerade noch was gefunden. Ihr habt hier Fähnchen. Fähnchen und was. Waren wir sehr. Huch. Fähnchenbanger. Was ist denn das? Kann man das irgendwie lesen? Was, was, was sagen wir denn diese Bücher? Links klickt, passiert nichts. Mittelklick nicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau, ey. Ja, jetzt weiß ich nicht. Welche Arzt ist denn nun besser, ja? Die macht mehr Schaden. Die blockt mehr explosiver Schaden. Ich weiß nicht, ob das der Explosive ist oder das. Das weiß ich nicht. Ne, schick aus. Ähm. Hier. Hm. Sonst gibt's hier, glaube ich, erstmal nichts. Okay, ich speicher jetzt hier einfach nochmal. Bietet sich an hier. Speicher mal. Kann man links an der Wand? Boah. Sehr schön. Da ist auch noch ein Büchlein. Und zwei nichts, ne? Und zwei nichts. Ne. Sieht nicht so aus. Geht auch nicht kaputt. Was ist mit dir? Der ist schon kaputt. Okay. Boah. Okay. Oh. Ja. Gut. Liebe Freunde. Ganz ehrlich. Ich mach hier heute Lust. Das reicht mir. Das war echt genug Action hier heute wieder. Mehr als mir eigentlich lieber. Boah. Kann ich hier nicht auch nicht? Nein. Ja. Ähm. Ja. Das reicht. Das reicht. Nemal. Nemal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugeschaut hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ja. Aber bis dahin. Haut rein. Ja. 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 Ja.